Karl Otto Appel ist ein deutscher Philosoph, er ist ein Vertreter der Diskursethik sowie einer sprachpragmatischen intersubjektiven Transzendentalphilosophie oder Transzendentalpragmatik. Appel strebt eine Transformation der Philosophie an, der Ausgang vom Subjekt müsse zugunsten einer intersubjektiven Perspektive überwunden werden, ohne dass die von Immanuel Kant gewonnenen Einsichten in die unhintergehbaren Konstitutionsbedingungen der Objektivität verloren gehen. Wesentliche Intention von Appel ist die Abwehr relativistischer Positionen insbesondere in der Ethik. Zusammen mit seinem seit Studienzeiten befreundeten Kollegen Jürgen Habermas unternahm Appel den Versuch, die kantische Moraltheorie im Hinblick auf die Frage der Normenbegründung mit kommunikationstheoretischen Mitteln neu zu formulieren. Leben und Denkweg Appel wuchs während der politischen Krisen der Weimarer Republik auf. 1940 wurde er mit seiner ganzen Abiturklasse Kriegsfreiwilliger. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte Appel von 1945 bis 1950 an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zunächst Geschichte und Geistesgeschichte, bevor er sich als Schüler von Erich Rothacker auf die Philosophie festlegte. Im Jahr 1950 promovierte er in Bonn mit einer Arbeit über Heidegger, 1961 habilitierte er sich in Mainz über die humanistische Sprachidee. Von 1962 bis 1969 war er ordentlicher Professor für Philosophie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Von 1969 bis 1972 ordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Saarbrücken und von 1972 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1990 ordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Frankfurt am Main. Als Grunderfahrung seiner frühen Studienjahre, die bestimmen für seinen späteren philosophischen Werdegang wurde, schildert Appel das dumpfe Gefühl, dass alles falsch war, für das wir uns eingesetzt hatten. Das geistige Angebot, das in der Zeit des Wiederaufbaus zur Verfügung stand, konnte die Fragen, die ihn beschäftigten, nicht beantworten. Dennoch folgte in Appels Biografie zunächst eine unpolitische Phase. Er beschäftigte sich aus trotziger Indifferenz gegenüber den politisch-historischen Schatten der jüngsten Vergangenheit mit der Existenzphilosophie. Da es bei ihr nicht darauf ankam, für was man sich eingesetzt hatte, sondern wie man es getan hatte, so promovierte er im Jahr 1950 in Bonn mit der nie als Buch veröffentlichten Arbeit über Heidegger Dasein und Erkennen. Eine erkenntnistheoretische Interpretation der Philosophie M. Heideggers Auch seine Schrift »Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus« von Dante bis Vico, mit der er sich 1961 in Mainz habilitierte, bewegte sich noch in den Bahnen der hermeneutischen Philosophie. Diese Arbeit gilt inzwischen als Standardwerk zur Geschichte der Sprachphilosophie. Obwohl sich Appel bereits seit den späten 1950er Jahren mit der analytischen Philosophie auseinandersetzte, begann er erst in den 1960er Jahren sich mit deren Mitteln von der Hermeneutik zu lösen. Appel kommt dabei das Verdienst zu, zwischen den zu dieser Zeit einflussreichsten Strömungen der Philosophie vermittelt zu haben. Vor allem dem Verhältnis von Heidegger und Wittgenstein galten umfangreiche Studien. Besonders konzentrierte sich Appel auf das Problem der Beziehung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften und ihren Methodologien. Erklären und Verstehen Die späten 1960er Jahre bedeuteten für Appel eine politisch-emanzipatorische Erweckungszeit. Es begann eine intensive Auseinandersetzung mit der politischen Philosophie, VR, mit dem jungen Marx, dem westlichen Neomarxismus und der kritischen Theorie. Dabei wurde er stark von seinem ehemaligen Bonner Studienkollegen Jürgen Habermas beeinflusst. Der Studentenbewegung stand er kritisch gegenüber, da er in ihr eine Verkennung demokratisch-rechtstaatlichen Denkens und die Gefahr eines utopischen Realitätsverlusts sah. Dennoch attestierte er ihr, dass sie den für die Nachkriegssituation überfälligen Durchbruch zur öffentlichen Diskussion der politischen Situation erzwungen und ein politisch-philosophisches Bewusstsein hergestellt habe. In dem in dieser Zeit entstehenden Diskursklima begann Appel sein Hauptwerk, Transformation der Philosophie, zu entwickeln. Im Zusammenhang mit seinem Studium Wittgensteins und Heideggers hatte Appel die Intersubjektivität als gemeinsame große Entdeckung erkannt. Da ihm diese Ansätze jedoch als inkonsistent erschienen, ließ sich Appel seit der Ende der 1960er Jahre auf transzendentale Fragestellungen ein, die er mit dem Intersubjektivitätsansatz zu vermitteln suchte. Gleichzeitig erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit Charles Sanders Piers, von dessen Schriften er 1967 und 1970 eine mit umfangreichen Einführungen versehene Auswahl in deutscher Übersetzung herausgab. Ausgehend von Piers' Konsensustheorie der Wahrheit und der darauf aufbauenden Begründung der Ethik kam Appel zu der Auffassung, dass die Voraussetzung allen Erkennens nicht das einsame Subjekt sondern immer die menschliche Kommunikationsgemeinschaft ist. Auf dieser Grundlage entwickelte Appel seit Anfang der 1970er Jahre seine Transzendentalpragmatik mit dem Ziel, aus der traditionellen Philosophie des Einzelbewusstseins und des Subjekts zu einer Philosophie der Intersubjektiven Verständigung zu gelangen. Werk Appel kann als einer der ersten deutschen Philosophen gelten, die die bis dahin getrennten und gegensätzlichen Strömungen der an Heidegger anknüpfenden hermeneutischen Philosophie und der sprachanalytischen Philosophie im Gefolge Wittgensteins verbunden haben. Appel versucht durch eine Kritik sowohl an Heidegger, dem er Logos Vergessenheit vorwirft, als auch am frühen Wittgenstein, dessen Traktatus er als selbst widersprüchliche Grenzziehung der Vernunft ansieht, nicht nur die Unterschiede, sondern auch die Gemeinsamkeiten beider Strömungen zu erfassen. So sei sowohl Heideggers als auch Wittgensteins Philosophie durch eine Überwindung oder Verwindung der Metaphysik gekennzeichnet. Beide Richtungen zielen auf die pragmatische Lebenswelt, wie dies bei Heidegger durch den Vorrang der Zuhandenheit über die theoretische Vorhandenheit zum Ausdruck kommt. In eben jene Richtung gehe auch die Sprachspielanalyse Wittgensteins, in dem die Pragmatik und die Sprache als intersubjektive Struktur bei beiden Denkern eine zentrale Rolle spielen. Sei der Übergang zur Philosophie der Gegenwart als Philosophie der Intersubjektivität in beiden Fällen vollzogen. Ausgehend von einer Auseinandersetzung mit diesen beiden philosophischen Richtungen versucht Apel in seiner transzendentalen Hermeneutik zwischen den Modellen des Welterklärings der Naturwissenschaften und des Weltverstehens der Geisteswissenschaften zu vermitteln. Apel sieht es als die große Leistung der Philosophie des 20. Jahrhunderts an, den methodischen Solipsismus überwunden zu haben, der in seinen Augen die ganze neuzeitliche Philosophie von Descartes bis zum deutschen Idealismus gekennzeichnet hatte. Die solipsistische Überzeugung, dass im Prinzip einer allein etwas als etwas erkennen und der Gestalt Wissenschaft treiben könnte, sei von Wittgenstein und Heidegger zu Recht zurückgewiesen worden. Die positive Kehrseite dieser Ablehnung sei die Orientierung an der Sprache, die nach der vorkantischen Ontologie und der transzendentalen Bewusstseinsphilosophie die sprachlich vermittelte Intersubjektivität als drittes Paradigma der abendländischen Philosophie eingeleitet habe. Diese Ansätze verwickeln sich nach Apel jedoch aufgrund ihres Reflexivitätsverbots in Widersprüche, die ihre Verbindlichkeit gefährden. Ohne die Durchbrechung dieses Verbots sei intersubjektive Verständigung und Letztbegründung unmöglich. Einen Meilenstein zur Entwicklung der Transzendentalpragmatik stellte die Auseinandersetzung Apels mit der Sprechakttheorie Austens und Sierle dar. Als wichtigste Leistung der Sprechakttheorie gilt Apel die Entdeckung der Performativ-Propositiona in Doppelstruktur der menschlichen Rede. Sätze können nur in Sprechakten ausgedrückt werden, die daher die grundlegende Einheit der menschlichen Sprache darstellen. Mit jedem Sprechakt werden vier Geltungsansprüche erhoben. Verständlichkeit der Äußerung Wahrheit ihres Propositiona in Bestandteils, Richtigkeit ihres performativen Bestandteils und Wahrhaftigkeit der sprechenden Subjekts. Was Apel als die intersubjektive Dimension jedes Sprechakts interpretiert, Apel hat in seinen Arbeiten verschiedene Rationalitätsformen unterschieden, wobei sich die einzelnen Gliederungen und Bezeichnungen etwas unterscheiden. Die einzelnen Rationalitätsformen stellen dabei unterschiedliche, aber doch aufeinanderbezogene Momente der Erfassung von Wirklichkeit dar. Eine frühe These von Apel ist die Leibgebundenheit der menschlichen Erkenntnis, die er als Leib a priori bezeichnet. Leiblichkeit und Bewusstsein ergänzen sich für Apel, beide bilden zusammen komplementäre a priorische Elemente für das menschliche Erkennen. In seiner Arbeit die Erklären, Verstehen, Kontroverse In transzendental-pragmatischer Sicht geht er von vier Formen von Rationalität aus, einer scientifischen, technologischen, hermeneutischen und ethischen Rationalität. Apel geht es dabei vor allem um das Verhältnis zwischen Erklären und Verstehen der scientifischen bzw. hermeneutischen Rationalität. Beide Rationalitätsformen beziehen sich zum einen auf unterschiedliche Bereiche der Wirklichkeit. Das, was naturwissenschaftlich durch die Angabe von Wirkursachen erklärt wird, kann nicht zugleich als Ausdruck einer Absicht verstanden werden. Beide Rationalitätsformen ergänzen sich aber auch. Hermeneutisches Verstehen erfordert Erklärungswissen, während umgekehrt eine naturwissenschaftliche Erklärung nur dadurch möglich ist, dass die beteiligten Forscher sich wechselseitig als Subjekte mit Intentionen verstehen und anerkennen. In einem späteren Aufsatz unterscheidet Apel dann im Rahmen der Letztbegründungsproblematik zwischen einer formallogischen und einer transzendentalen Rationalität. Während die Erste sich an der syntaktisch-semantischen Widerspruchsfreiheit propositionaler Sätze bemisst, geht es bei der Letzteren um die pragmatische Widerspruchsfreiheit von Sprechakten bzw. von performativ-propositioner Insetzen, welche die Doppelstruktur von Sprechakten explizit machen. Der Unterscheidung zwischen einem formallogischen und einem transzendentalen Rationalitätstypus entspricht dabei nach Apel die traditionelle Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft. Während die formallogische Rationalität das Verhalten von Objekten auf naturwissenschaftliche Weise erkläre, gehe es der transzendentalen bzw. Diskursrationalität um das Verstehen von Subjekten. Apels Letztbegründungsargument entstand als Reaktion auf das von Hans Albert zuerst 1968 aufgestellte Münchhausen-Trilemma, wonach letzte Begründungen nicht möglich seien. Für Apel war die Suche nach letzten, vom Kommensense unabhängigen Begründungen angesichts des Missbrauchs der Argumentationsfigur des gesunden Volksempfindens im Nationalsozialismus, unumgänglich geworden. Philosophische Letztbegründung besteht für Apel in dem Aufweis, dass gewisse Aussagen in jedweder Argumentation von jedem Einzelnen immer schon vorausgesetzt werden müssen, gleichgültig welche spezielle Meinung, Weltanschauung oder Kultur er vertritt. Apel formuliert zwei Kriterien, die Sätze als letztbegründet ausweisen sollen. Sie können nicht ohne pragmatischen Selbstwiderspruch bestritten werden. Sie können nicht ohne logischen Zirkel begründet werden. Apel nennt als Beispiel für pragmatisch inkonsistente Sätze, Ich behaupte hiermit, dass ich nicht existiere. Ich behaupte hiermit, dass ich keinen Sinnanspruch habe. Ich behaupte hiermit, dass ich keinen Wahrheitsanspruch habe. Die Unmöglichkeit einer zirkelfreien logischen Begründung zeige bei diesen Sätzen nicht eine Aporie im Begründungsproblem an, sondern sei eine notwendige Folge des Umstandes, dass die Sätze als einsehbar notwendige Präsuppositionen allen logischen Begründens a priori gewiss sind. Apel bezeichnet die Art des von ihm analysierten Widerspruchs oft auch als beformativen Widerspruch. Er stamme nicht aus dem subjektiven Denken, sondern aus dem Akt des intersubjektiven Gesprächs, so dass sich für Apel die Intersubjektivität als unhintergehbare Bestimmung menschlichen Denkens und Handelns ergibt. Mit diesem Letztbegründungskriterium verteidigt Apel grundlegende Diskursenormen und entwickelt eine Diskursethik, wie sie in abgeschwächter Form die H. ohne Letztbegründungsanspruch auch Jürgen Habermas vertritt. Die ethischen Prinzipien entwickelt er dabei aus dem nach seiner Überzeugung in jeder Diskussion um jede Ethik, ja auch um den ethischen Nihilismus immer schon vorausgesetzten Annahmen. Jeder philosophische und ethische Ansatz appelliere an das Kriterium der objektiven Verbindlichkeit und Wahrheit der eigenen Aussage, so dass die Verbindlichkeitsanforderung und die Wahrheitsfähigkeit nach Apel nicht vernünftig in Frage gestellt werden können. Ziel Appels ist hierbei die Abwehr des ethischen Nihilismus und die Rückkehr zu einer objektiven und rationalen Ethik, die das Paradoxon der Gegenwart überwinden soll. Er sieht in der Trennung zwischen objektivem Faktenwissen der Einzelwissenschaften und der Privatheit und Beliebigkeit ethischer Überzeugungen eines, der Hauptprobleme der Moderne, aus dem die Diskursethik einen Ausweg darstellen soll. Das zentrale Anliegen der Diskursethik Appels ist die Letztbegründung der ethischen Prinzipien, die mit jeder Argumentation, ja mit jeder sinnvollen Handlung überhaupt bereits implizit vorausgesetzt werden. Zu diesem Zweck strebt er eine Transformation der kantischen Position in Richtung einer transzendentalen Theorie der Intersubjektivität an. Von dieser Transformation erhofft er sich eine einheitliche philosophische Theorie, die eine Überbrückung des Gegensatzes von theoretischer und praktischer Philosophie leisten kann. Nach Appels Ansicht setzt jeder, der argumentiert immer schon voraus, dass er im Diskurs zu wahren Ergebnissen gelangen kann, dass also Wahrheit grundsätzlich möglich sei. Eine eben solche Wahrheitsfähigkeit setze der Argumentierende von seinem Gesprächspartner voraus, mit dem er in den Diskurs eintritt. Dies bedeutet in der Sprache Appels, dass die Argumentationssituation für jeden argumentierenden Unhintergeber ist. Jeder Versuch ihr zu entfliehen, etwa durch Lügen oder durch Diskursverweigerung, sei letztlich inkonsistent. Appel spricht in diesem Zusammenhang von einem a priori der Argumentation. Wer nämlich überhaupt an der philosophischen Argumentation teilnimmt, der hat die soeben angedeuteten Voraussetzungen bereits implizit als a priori der Argumentation anerkannt und er kann sie nicht bestreiten, ohne sich zugleich selbst die argumentative Kompetenz streitig zu machen. Selbst derjenige, der die Argumentation abbricht, will nach Ansicht Appels damit etwas zum Ausdruck bringen. Auch wer im Namen des existenziellen Zweifels, der durch Selbstmord sich verifizieren kann, das a priori der Verständigungsgemeinschaft zur Illusion erklärt, bestätigt es zugleich dadurch, dass er noch argumentiert, jemand, der auf eine argumentative Rechtfertigung seiner Handlung verzichten will, zerstöre sich letztlich selbst. In theologischen Begriffen gesprochen könnte man daher sagen, dass selbst der Teufel nur durch den Akt der Selbstzerstörung von Gott unabhängig gemacht werden kann. Apel zufolge wird mit der Unhintergeberkeit der rationalen Argumentation auch eine Gemeinschaft der Argumentierenden anerkannt. Die Rechtfertigung einer Aussage sei nämlich nicht möglich, ohne im Prinzip eine Gemeinschaft von Denkern vorauszusetzen, die zur Verständigung und Konsensbildung befähigt sind. Selbst der faktisch einsame Denker könne seine Argumente nur insofern explizieren und überprüfen, als er im kritischen Gespräch der Seele mit sich selbst den Dialog einer potenziellen Argumentationsgemeinschaft zu internalisieren vermag. Das setze aber die Befolgung der moralischen Norm voraus, dass alle Mitglieder der Argumentationsgemeinschaft sich als gleichberechtigte Diskussionspartner anerkennen. Diese notwendig vorauszusetzende Argumentationsgemeinschaft kommt bei Apel in zwei Gestalten ins Spiel, als reale Kommunikationsgemeinschaft deren Mitglied man selbst durch einen Sozialisationsprozess geworden ist, als ideale Kommunikationsgemeinschaft die prinzipiell imstande ist, den Sinn seiner Argumente adäquat zu verstehen und ihre Wahrheit definitiv zu beurteilen. Aus der notwendig vorausgesetzten Kommunikationsgemeinschaft in ihren beiden Varianten leitet Apel zwei regulative Prinzipien der Ethik ab. Erstens muss es in allem tun und lassen darum gehen, das Überleben der menschlichen Gattung als der realen Kommunikationsgemeinschaft sicherzustellen, zweitens darum, in der realen die ideale Kommunikationsgemeinschaft zu verwirklichen. Das erste Ziel ist die notwendige Bedingung des zweiten Ziels und das zweite Ziel gibt dem ersten seinen Sinn den Sinn, der mit jedem Argument schon antizipiert ist. Nach Apel sind also sowohl die ideale als auch die reale Kommunikationsgemeinschaft a priori zu fordern. Dabei stehen die ideale und reale Kommunikationsgemeinschaft in einem dialektischen Zusammenhang. Die Möglichkeit ihren Widerspruch zu überwinden sei a priori vorauszusetzen. Die ideale Kommunikationsgemeinschaft sei als das Ziel, auf das es hin zu arbeiten gelte, in der realen Kommunikationsgemeinschaft schon als deren Möglichkeit präsent. Apel sieht das Problem, dass die hohen Anforderungen seiner Diskursethik nur in einer Gesellschaft realisiert werden können, die selbst diskursiv organisiert ist. Solange sie das nicht ist können und sollen diese auch mit nichtdiskursiven Mitteln umgesetzt werden. Dabei gilt aber nach Apel, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt. Vielmehr müssen im Prozess der fortschreitenden Verwirklichung der idealen Kommunikationsgemeinschaft Ergänzungsprinzipien entworfen werden, die den Spielraum der erlaubten Mittel begrenzen. So könne es ZB nicht erlaubt sein, zum Zweck der Realisierung idealer Diskursbedingungen die schon bestehenden Diskursformen wie die parlamentarische Demokratie zu gefährden. In seiner Auseinandersetzung mit dem Problem der Umsetzung moralischer Normen und den Bedingungen ihres Scheiderns wie in der Zeit des Nationalsozialismus greift Apel auf die Moraltheorie von Lorenz Kohlberg zurück. Kohlberg hatte eine präkonventionelle, konventionelle und postkonventionelle Ebene der Moralentwicklung mit insgesamt sechs Stufen beschrieben. Jede dieser Stufen weist dabei entsprechend den logischen Stufen der Denkoperationen bei Piergit eine neue logische Struktur auf, die zugleich als Gerechtigkeitsstruktur aufgefasst werden kann. Die moralische Entwicklung ist dabei nach Apel verbunden mit einem Wandel der jeweils eingenommenen sozialen Rolle und des Reziprozitätsdenkens. Apel interpretiert die moralische Katastrophe des Nationalsozialismus als eine Adoleszenzkrise der Menschheit im Übergang von der konventionellen, zur postkonventionellen Ebene der Moral. Die gesellschaftlichen Regeln werden einerseits nicht mehr als verbindlich anerkannt, andererseits verspürt das Individuum noch keine Verpflichtung, seine Entscheidungen mit Prinzipien zu begründen, die mit den Interessen der Gesellschaft in Einklang zu bringen sind. Wesentlich verantwortlich für diese Krise waren für Apel die Philosophie Friedrich Nietzsches und Martin Heideggers, die zu einer Paralysierung des ethischen Prinzipienbewusstseins führte und zusammen mit einem kompensativen Nationalismus das Versagen der intellektuellen Elite im Dritten Reich zur Folge gehabt hatte. Wirkung Apel gehörte in den 1970er bis 1990er Jahren zu den einflussreichsten deutschen Philosophen, insbesondere durch seine als kritische Erneuerung der kantischen Transzendentalfilosophie intendierte transzendentale Sprachpragmatik. Seine Diskursethik löste in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts lebhafte Kontroversen aus. Aufsehen erregten seine Auseinandersetzungen mit Odomar Quart, Hermann Lübe, Hans Albert, Richard Rotti, Jacques Derrida und Jean-François Ljotard. Zu Apels wichtigsten Schülern zählen Dietrich Böhler, Matthias Kettner und Wolfgang Kuhlmann. Kritik Ein wesentlicher Einwand gegen Letztbegründungskonzepte, wie sie Apel vertritt, beruht auf der Schwierigkeit, Sätze unabhängig von ihrem Kontext zu bewerten. Dem stehen mehrere in der Philosophie vertretene Standpunkte entgegen. Beispielsweise besagt etwa die Duem-Quintese explizit, dass Sätze nie isoliert bewertet werden. Oder nach Thomas Kuhn gehen in Theorien immer auch Grundannahmen ein, welche für die Interpretation und Bewertung der einzelnen Sätze wichtig sind. Vor allem Vertreter des kritischen Rationalismus wie Hans Albert Wiesem etwa mit dem Verweis auf das Münchhausen-Trilemma, auf die logische Unmöglichkeit einer solchen Letztbegründung hin. Apel verteidigte sein Argument dadurch, dass die Letztbegründung keine deduktive Form der Begründung bzw. des Beweises sei, sondern eine Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit des Diskurses überhaupt. Ebenfalls wurde Apel vorgeworfen, dass sein Argument nur für diejenigen gültig sei, die ohnehin schon den Willen zur Diskussion aufbrächten. All die stillschweigenden Implikationen des Diskurses, die Apel reflexiv aufdeckt, gelten nur dann, wenn man argumentieren will. Wenn man also rational sein will, eine universelle, die H. Für alle Menschen gültige Ethik könne Apel daher nicht begründen. Ein anderer Kritikpunkt betrifft die Frage nach der Motivation für moralisches Handeln. Selbst wenn Apel unhintergehbare Normen für den Diskurs aufweisen könne, bliebe ungeklärt. Warum man sich auch willentlich an diese Normen zu halten hätte. Schriften Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Wico Bouffier Bonn 1963 Dritte Auflage 1980 ISBN 3-416-01089-2 Transformation der Philosophie Surkamp Frankfurt am Main 1973 Das A priori der Kommunikationsgesellschaft ISBN 3-518-277650 Der Denkweg von Charles S. Piers Eine Einführung in den amerikanischen Pragmatismus Surkamp Frankfurt 1975 ISBN 978-3-518-077412 Die Erklären Verstehen Kontroverse in transzendental-pragmatischer Sicht Surkamp Frankfurt am Main 1979 ISBN 3-518-061097 Diskurs und Verantwortung Das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral Surkamp Frankfurt am Main 1988 ISBN 3-518-284932 Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendental-pragmatischen Ansatzes Surkamp Frankfurt am Main 1998 ISBN 3-518-582607 Paradigmen der Ersten Philosophie Zur reflexiven transzendental-pragmatischen Rekonstruktion der Philosophiegeschichte Surkamp Frankfurt 2011 ISBN 978-3-518-29-585-4 Auseinandersetzungen in Erprobung des Transzendental-pragmatischen Ansatzes Auseinandersetzungen in Erprobung des Transzendental-pragmatischen Ansatzes